Wir machen jetzt eine andere Begrüßung. Hallo Freunde, willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Mario Party. Zack, ich hab ne 3 gewürfelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer die letzte Folge Mario Party nicht gesehen hat, Leute, oben in der Infokarte, könnt ihr euch die Folge gerne nochmal anschauen. Die Easy-Chiso-Mathe war auch noch mit dabei. Iso-Chiso-Mathe, jetzt kommen hier die ganze Zeit irgendwie andere Variationen. Ich hab richtig Bock hier, ich hoffe mal ihr habt auch Bock, Leute. Daumen nach oben da, wenn euch das ganze gefällt, ihr wisst Bescheid. Oh, hier ist nämlich Minenfeld, das ganze sieht ein bisschen schlimm aus. Ich hab's einmal geschafft bis fast nach ganz vorne. Na ja, es ist schwer. Es ist sauschwer, es ist sauschwer, ich weiß. Alter, hier sterben schon die Leute um mich herum. Ich schaff das. Ich schaff das, Mama. Uh, mein Sohn, mein Kind, du machst das. Oh, bitte nicht, Mama. Bitte nicht. Oh mein Gott, ich bin fast, ich hab schon ganz schön, ich hab ein gutes Stück schon geschafft. Okay, nice. Ich hab auch richtig viel geschafft gerade. Oh mein Gott, das ist so intens gerade, ich hab so Herzrasen. Nein, ich hab, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Nein, ich war so nah dran, Hilfe. Alter. Ich hab fast, ich hab's fast geschafft, das war so intens. Ich hab richtig Herzrasen gerade. Okay, war ganz gut, ne 4. Wieder ne 1. Oh, das ist so, das fühlt sich richtig kack an, wenn man nur die ganze Zeit erst richtig schlimm. Oh, richtig. Sarah, hallo Sarah. Die waren in der letzten Runde Mario Party auch noch mit dabei, weißt du das noch? Hallo Sarah. Äh, hallo Sarah. Ne, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wer ich bin. Ups, jetzt hab scheiß Sessel Pupsal geschrieben. Ich wollte hallo Sarah. Oh, Knockout, geil. Ich liebe Knockout, das ist voll geil. Das ist richtig geil. Knockout ist richtig cool. Okay, komm Lars. Du bist bei mir gespawnt, ne? Komm, ich bleib bei dir. Was geht? Kann meine Prinzessin dich nicht töten? Ich hab einfach was mit zwei S geschrieben, obwohl ich was mit zwei A schreiben wollte, aber okay. Nicht Shrubi, nicht Shrubidi Dabidi. Shrubidi Dabidi, ich meinst du Shrubi.de Server? Der beste Server der Welt? Shrubi.de? Oh, ich weiß. Shrubi was? Shrubi.de Server. Der beste Server auf dem Mann auf dem Planeten. Oh, wirklich? Was kann man denn da so machen, Cooles? Oh mein Gott, ich hab dich runtergeschubst gerade. Hörbuch du nicht getötet. Das gibt Rache. Oh mein Gott, den hab ich auch. Deckel. Auf den Deckel. Oh ja, woher noch einen? Oh, Double Sprung! Oh, richtig runtergenatzt, Alter Weg mit dir, Enterhaken, Enterhaken Hat nicht geklappt, hat nicht geklappt Ich bin so dumm, ich hab den Enterhaken einfach versemmelt Weg mit dir Okay Okay, okay Du bist ganz vorne, Lars Alter, du rasierst Ich weiß Ich bin ja auch der badigste von allen So, tschüss mit dir, tschüssikowski Hier steht jemand AFK, der kommt jetzt auch weg Du stirbst jetzt auch, tschüss Und du auch Ja, die Leute mögen mich, ja Die Leute lieben mich, ich weiß, ich bin toll Oh, bist du ein toller Bub Ich bin ein toller Kerl, ja, das stimmt Ah, nein, oh nein, runter mit dir, tschüss Oh mein Gott, ich bin richtig gut gerade Holy Capoli Ich bagger in der Luft, ich kann keiner mehr runterschlagen Ich hab auch gerade rumgebackt Oh, da steht jemand AFK, meine Chance Deine Schanze Meine Chance, Unicorn, du bist meint Ah, sie wollte mich nicht schlagen Und weg Okay, manchmal backt man hier irgendwie ein bisschen in der Luft rum Gut, weil dann kann man nicht runterfliegen Oh, 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 böses Omen Böses Omen Böse Oma Böse Oma Oh nein Aber mich überholt so schnell, glaube ich, keiner mehr Oh, oh, doch, okay Doch, never mind Ich hab nichts gesagt Alter Junge, ich bin jetzt die ganze Zeit runtergestoßen Weißt du, ich hab mich jetzt einfach aus meinem, auf meinem Dings, auf meinem Ruhm ausgeruht Weißt du Ja, ja, klar Den Fehler darfst du nicht machen Ja, eben Sobald du den Fehler machst und dich auf deinem Ruhm Oh, jawoll, erster Alter, als ob du das geschafft hast Doch, doch Wieso bin ich so schlecht? Ich bin erstes Plätzchen geworden Erstes Plätzchen, erstes Plätzchen Sehr gut Hast du toll gemacht Oh, Sarah ist wieder bei mir Okay Und jetzt Und eine 6, Alter Mal gucken, vielleicht gewinnen wir sogar diese Runde Und eine 5 Junge Junge Das ist richtig krass Ha, 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 ha Cool Sehr gut, haben wir gut gemacht Ich grüße die ganze Krrk In meinem Pen Krrk 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 Dem sein Funkgerät ist kaputt, weißt du Juppenrund Oh nein, oh nein Oh ja Das ist so schlecht Es ist so schlecht Das schneiden wir einfach raus Das schneiden wir raus, ja Auf jeden Fall Es gibt einfach keinen Gewinner Gerade bei dem Jump Run Das ist auch so schwer Ich frag mich halt wirklich Was die Leute sich dabei gedacht Ich hab mir 6 gewürfelt Was haben die sich denn dabei gedacht Die Macher von der Map Das ist so schwer gewesen, Alter Ich bin auf dem Bowserfeld Und ich werd noch zurückgesetzt Ich bin die letzte Ach du heiliger Strohsack Ja, ja Ich bin einfach ganz hinten Ich bin auf Feld 5 Wie hab ich das jetzt geschafft Um Feld 5 zu sein? Replika Da kannst du aufholen Da kannst du aufholen Wie soll ich denn Der Erste ist auf Platz 30 Oder sowas? Du kannst aufholen Du kannst aufholen Ich bin auf Platz Ich weiß gar nicht Was für ein Platz ich war Ich bin schon weit vorne Muss ich sagen Also es könnte auch sein Dass wir vielleicht das hier Schon ziemlich zeitnah gewinnen können Also ich meine Feld 5 Ja, ja Das wär gut Das wär gut Das wär gut Das wär gut Schauen wir mal rein Oh mein Gott Das hab ich das letzte Mal schon gehabt Das hab ich das letzte Mal schon gehabt Ja, wie kannst du das schon? Ja, aber da war ich nicht so gut drinnen Zwo Oh mein Gott, ich bin so schlecht Boah, das sind so viele Farben einfach gerade, ne? Ja, megaviel 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 Soll man das denn auseinanderhalten? Ich weiß, wie man das auseinanderhält Zack, 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 zack Wie macht man das? Ähm, indem man Lars oder so ist Ah It's Lars Ist du das? Bist du Lars? Ja, ich bin Lars Hallo Ich hab schon von dir gehört Ja, manche mögen nicht Meine Mama hat mir erzählt, ich soll mich von dir fernhalten Das stimmt doch gar nicht Doch Ich bin ein netter Typ Du bist ein netter Typ Das hat sie aber nicht gesagt Was hab ich denn jetzt hier noch falsch? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, nice Zack, hast du es geschafft, John? Weiter, ja Krass Das riecht gut Ich bin auch fertig Ich bin auch fertig Ich bin dritter Bist du auch fertig? Boah, ich bin fertig mit Nerven, ey Was ist denn das? Und Schwert, ernsthaft? Ich krieg das hin Alter Ich schaff das Ja, das schafft man Das ist möglich Ich schaff das Schaffst du es? Es ist zu weit Es ist zu weit So Und dann Nee Irgendwie Hä? Ich bin gerade ein bisschen Erste, Erste Ich bin gerade mega Ich stehe gerade mega auf dem Schlauch Was falsch ist, oder was? Ich seh dich, ich seh dich Ich glaube, oh mein Gott Das war so Ich stand gerade richtig auf Hast du es? Oh ja, das kriege ich hin Das kriege ich hin Das kriege ich hin Ist das der dunkle? Ja, das ist der dunkle Lord Okay, perfekt Der dunkle Lord? Was macht der denn hier? Ach, dann gibt es so einen Harry Potter So Ich krieg das hin, Anna Ich schaff das, Anna Anna? Ich schaff das Wer ist denn hier Anna? Anna, ich schaff das Kennst du das nicht? Es gab mal so eine Werbung mit dem Von Kinderriegel war das Ja Wo die Mutter das Kind so verabschiedet Und sagt dann so Das schaffst du schon, Anna Echt? Kennst du das nicht? Nee, kann ich nicht Krass Ah, doch, 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 doch Die ist richtig alt, oder? Ich hab's geschafft Ja, die ist mega alt Oh mein Gott Ich steh gerade so heftig auf dem Schlauch Ich bin halt richtig gut drin, Sachen nachzubauen irgendwie Wenn ich sowas sehe Ich bin so ein richtiger Augenmensch Nachmacher bist du Ja, genau Oh Gott Woran scheitert das jetzt gerade? Äh Ich hab einen bunten Stuhl Nee Doch Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin trotzdem Dritter geworden Hä? Warum denn das? Weil es sonst kein anderer geschafft hat Lol, okay, cool Lol Zwei Mal Dritter geworden ist ganz gut Lol Lol Rolf, 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 Rolf Zack Und eine 5 Bam Und eine 1 Perfekt Sehr gut Sehr, sehr gut Der Sesselpupser 2017 Freut sich auch über ihre 6 Oder seine 6 Okay Okay Ampelrennen Oh nein Oh, oh, oh Oh, 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 oh Das wird schwer Oh, da schreibt jemand ein bisschen echter Nee Er ist Faker Er ist Faker Okay Okay Ich mag das gar nicht, wenn alle vor mir laufen Ich auch nicht Wo sehe ich das? Räh Oh Gott So schlecht So ultra schlecht Wenn Vorsicht kommt, bleib einfach schon stehen Okay, okay, mache ich Oh mein Gott Da ist schon einer richtig weit vorne Der Rise Ich seh's Jawoll Jawoll Hm, hm Alter Ey, das wird was Nee, wird nix, wird nix Der hat's geschafft Ich hab's fast, ne Und lauf, 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 lauf Ich hab's nicht geschafed. Ich war ein bisschen schlecht. Oh, du bist so schlecht da drin. Okay, hoffentlich krieg ich eine 6. Bitte würfel eine 6, Lars. Bitte würfel eine 6. Wie sieht sie läuft? Uh, ich bin schon in meinen Füßen kribbeln. Boom, eine 1. Ja. Das war wahrscheinlich irgendwie nicht so gut, glaube ich. Nee. Aber ich bin, glaube ich, am vordersten. Oder? Nee, einer ist noch. Oder ist das? Geht's in die Richtung? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aufgeholt. Farbschlacht. Oh mein Gott, Farbschlacht ist schwer. Okay, das ist cool. Farbschlacht ist schwierig. Kennst du von Move or Die Farbschlacht? Ich weiß, dass ich hier alles abschießen muss. Ja, ja, ich kenn das. Schlaffacht. Schlab, Schlabberschlacht ist das. Blabberige Schlacht. Das ist die Schlabberschlacht. Sehr gut. Ja, ja. Okay, jetzt mal ganz entspannt bleiben, okay? Bleib entspannt! Ganz, ganz ernst. Komm, wir machen das. Ich hau das, ich hau das, ich hol das Ding. Ich bin kein Schnee. Du musst an die Orte gehen, wo niemand anderes hingeht, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Okay, jetzt wird's hier ein bisschen, jetzt wird's hier ein bisschen, jetzt wird's hier ein bisschen intens, Leute, ich sag's euch. Wir lassen's einfach schneien! Gibt's denn noch irgendwie was anderes? Außer, äh, also nur diesen Knüppel, mit dem man das machen kann? Nee, das gibt noch Shotgun und sowas, kannst du auch noch holen. Echt? Ah, da! Ja. Läh! Ich bin, ich bin, ich glaub, ich hol das nicht. Ich glaub, ich hol das nicht. Wir werden das beide nicht holen. Kann man die Bäume oben machen? Kann man die weiß machen? Nee, ne? Tja. Der Preis ist heiß. Hör auf, alles abzufärben, was ich gerade färbe. Bitte. Ja! Oh mein Gott. Ich hab hier so viele Leute. Übertrieben. Übertrieben. Warum, das ist wieder kaputt, was ich mir aufbaue? Warum macht ihr das, Leute? Ja. Am liebsten mag ich hier diese AFK-Leute. Oh mein Gott, ich bin Zweiter! Alter! Respekt! LoL! Respekt the King! Rofl, Roflkopter, Roflkopter! Sehr gut, Alter! Zweiter Platz. Was war das denn bitte gerade für eine Sprache? Das war der Roflkopter, ja. Und BOOM! Ne Fünf! Ich hab ne Neun gewürfelt! Wenn ich jetzt ne Sechs würfelt, bin ich Erster. Oh, ne Zwei. Die Leute glauben, dass du Faker bist, ne? Ja, ich weiß. Warum, Chat? Ja, dann sollen die das halt glauben, ist ja auch nicht so schlimm. Aber Leute, falls ihr uns mal trefft oder sowas auf dem Server, ich heiße Lars oder so mit großem L, mit großem O und mit großem S, ja. Und das ist, wir sind echt, dann sind wir wirklich echt, aber wenn jemand anders heißt, dann sind wir es nicht. Was ist jetzt? Was kommt jetzt? Oh, Bowsplief, da war ich... Bowsplief, ist das das von eben? Äh, teilweise schon. Ja, okay. Weißt du, ich hab jetzt gerade so ein bisschen Druck, weil ich nämlich schon Platz 38 bin oder fällt 38 und es gibt nur 45 Felder. Du bist passt fertig, ne? Ja eben, und deswegen würde ich halt schon gerne das Ding jetzt hier holen, damit ich das vielleicht gewinne, diese Runde dann... Ja. Das wäre halt schon geil irgendwie, aber man weiß es nicht, man munkelt nur. Ey, pass einfach auf dich auf. Ich pass auf mich auf, Izzy, du aber auch. Wenn du runterfällst, dann nehm ich dich an der Hand und fang dich auf. Fang dich ab. Okay, sehr gut, dankeschön. Da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, hab einen Doppelsprung, das bedeutet eigentlich, dass ich das eventuell noch holen könnte. Uah! Wow! Und noch einen Doppelsprung geholt. Nice, Alter! Ich bin grad mit einem Doppelsprung in den Doppelsprung gesprungen. Oh, nice! Was für ein Zungenbrecher, ey. Und der springt mit dem Doppelsprung durch den Doppelsprung, der Doppelsprung springt den Doppelsprung... Das heißt, wenn man stirbt, kann man einfach einen Doppelsprung machen, oder was? Ja. Nein, nein, kannst du nicht, du musst den erst fangen. Du musst den erst einsammeln, den Doppelsprung. Ja, hab ich doch schon. Hast du schon einen eingefangen? Dann kannst du Doppelsprung machen, falls. Okay, falls ich sterbe, weiß ich, was ich zu tun habe. Jetzt hab ich zwei Doppelsprungen! Uah! Ich hab mich gerade selbst weggehauen. Ja, warum kommen die alle zu mir? Geht doch mal weg hier! Ja, die tagen uns jetzt, weil die sehen, dass wir die Echten sind. Ja, ja. Okay, okay. Da ist ein... Oh nein! Bist du der echte, Lars? Oah! Ich bin so schlecht gerade! Ich bin... Ich backe! Oh Gott! Ich backe! Mh, backen! Backst du was? Oh, lecker! Oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf auf was Gebackenes, ne? Ja. Oh mein Gott! Der hat seit Tagen nichts gegessen. Oh, oh, oh! Wie viele Leute sind wir jetzt gerade noch in der Round? Keine Ahnung. Okay, Doppelsprung und ein Dings, Spreizsprung hab ich auch. Ein was? Keine Ahnung, wie das hieß, Mann. Ein was? Spreizsprung hieß es doch. Äh, 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 Pfeil. Oh Mann! Keine Ahnung, wie das heißt! Spreizpfeil! Ja, genau. Spritzenpfeil! Okay, das ist, äh, auf jeden Fall schon schwierig jetzt hier gerade. Oh, die Leute scheiden gerade aus. Da sind gerade richtig viele raus. Oh, ja, ja, ich merk's, ich merk's. Es wird immer weniger. Boah! Ich glaub, ich hab einen. Eventuell. Doppelsprung. Okay. Okay, jetzt wird's gerade richtig intens. Lebst du noch? Du lebst noch. Ich leb noch, ja. Jetzt wird's gerade richtig intens. Okay. Lars, nicht mich! Krisch! Sorry, hab ich dich... Bist du tot? Du hast fast gestorben, aber ich hab noch zwei Doppelsprung übrig, glaub ich. Ich weiß nicht, ob das zählt, ob man dann dreimal Doppelsprung hat. Warte, ich probier's mal aus. Oh mein Gott, Rekord! Rekord! Was? Ich bin dritter. Ich bin zweiter! Man hat, man hat keinen Doppel, man hat keine drei Doppelsprünge. Das geht nicht. Ne, ne, ne. Gut, dritter Platz ist schon mal ganz gut eigentlich. Okay. Jetzt, ähm, zack, ne drei. Nein! Ey, ich hab die meisten eins in einer Runde gewonnen. Ich gewinn. Ich gewinn das Ding. Und ne zwei. Fünf. Nein, ich gewinn doch nicht. Nein! Ich hätte ne sechs gebraucht, dann hätte ich... Nein! Ich bin zwei Felder vorm Ende! Zwei! Okay. Oh mein Gott. Einer ist sogar... Nein! Nein! Ich bin zweiter Platz! Oh nein! Oh, yeah! Lars hat mich gewonnen! Super! Aber Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einfach mal 10 Millionen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und sowas. Schaut bei Isomatte vorbei, schaut bei mir vorbei. Gebt einen Daumen nach oben, äh, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Immer schön Pasta essen!